Was macht ein Business Development Manager bei RE-MAX Österreich? Es geht um Menschen, es geht um Immobilien, es geht um Begeisterung, Coaching, gemeinsame Ziele, die Entwicklung von Menschen und die gemeinsame Erreichung von Zielen. Ich war 2011 Quereinsteiger, als ich zu RE-MAX gekommen bin. Mittlerweile kann ich auf eine spannende Erfolgsgeschichte zurückblicken und wenn auch Sie Menschen lieben, es lieben, Begeisterung zu entfachen, sich Ziele zu setzen und dran zu bleiben, dann erfahren Sie am besten heute noch mehr über unsere Verstärkung, über die Möglichkeit, als Business Development Manager von RE-MAX Österreich die künftige Erfolgsgeschichte der Nummer 1 mitzugestalten. Ich freue mich auf Sie!